DW Deutsch lernen mit Nachrichten Donnerstag, 1. Dezember 2022, 9 Uhr in Deutschland. Habeck plant neue China-Strategie. Laut einem Medienbericht will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine größere Unabhängigkeit Deutschlands von China erreichen. Der Minister plane neue Berichtspflichten bei China-Geschäften, meldet das Nachrichtenportal The Pioneer unter Berufung auf ein Strategiepapier. Zudem solle die politische Unterstützung für deutsch-chinesische Wirtschaftsprojekte heruntergefahren werden. Hintergrund sind offenbar Befürchtungen, das ostasiatische Land könne den Inselstaat Taiwan in den kommenden drei Jahren annektieren. Scholz will Liefervertrag für US-Kampfjet noch in diesem Jahr. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, will die Bestellung des US-Kampfjets F-35 bald abschließen. Das Flugzeug gehöre zu den Rüstungsprojekten, für die noch in diesem Jahr Lieferverträge geschlossen werden sollten, sagte Scholz bei einer Sicherheitskonferenz in Berlin. Der Tank-Kappenjet des US-Herstellers Lockheed Martin gilt als modernstes Kampfflugzeug der Welt. Dem Vernehmen nach sollen 35 dieser Maschinen gekauft werden. Scholz verwies ausdrücklich auf die Drohungen Russlands mit dem Einsatz von Atomwaffen vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Selensky lobt Bundestagsvotum. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selensky hat ausdrücklich die Entscheidung des Deutschen Bundestags begrüßt, den Holodomor als Völkermord einzustufen. Übersetzt heißt der Begriff Mord durch Hunger. Damit wird die vor 90 Jahren von der Führung der Sowjetunion gezielt herbeigeführte Hungersnot in der Ukraine bezeichnet, durch die bis zu 4 Millionen Menschen ums Leben kamen. Selensky sprach in seiner täglichen Videoansprache von einem wichtigen Signal für die Welt und von einer Entscheidung für Gerechtigkeit und Wahrheit. Der Bundestag hatte eine entsprechende Resolution am Mittwochabend mit großer Mehrheit beschlossen. OSZE-Außenminister Tagen in Polen. Der Krieg in der Ukraine und die Sicherheitslage in Europa sind Themen beim Ministerrat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das zweitägige OSZE-Treffen, das an diesem Donnerstag in Lodz beginnt, findet ohne Russlands Chefdiplomaten Sergej Lavrov statt. Polen, das derzeit den OSZE-Vorsitz innehat, verweigerte Lavrov die Einreise. Der 72-Jährige steht wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine auf der EU-Sanktionsliste. Russland wird in Lodz durch seinen ständigen Vertreter bei der OSZE repräsentiert. US-Demokraten bestimmen Pelosi-Nachfolger. Die demokratische Partei von US-Präsident Joe Biden hat einen Generationenwechsel an ihrer Spitze eingeleitet. Der 52-jährige Abgeordnete Hakeem Jeffries wurde als Nachfolger von Nancy Pelosi zum Fraktionsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus gewählt. Der Politiker aus New York ist der erste Afroamerikaner der US-Geschichte, der eine Partei in einer der beiden Kongresskammern anführt. Jeffries wird allerdings weniger Macht haben als Pelosi, da die Demokraten bei den Zwischenwahlen Anfang November, den sogenannten Midterms, die Mehrheit im Repräsentantenhaus an die Oppositionellen Republikaner verloren haben. Trauer um Christine McVie Die langjährige Sängerin, Komponistin und Keyboarderin der britisch-amerikanischen Rockband Fleetwood Mac, Christine McVie, ist tot. Die in Großbritannien geborene Musikerin starb im Alter von 79 Jahren nach kurzer Krankheit in einem Krankenhaus, wie ihre Familie mitteilte. Sie hatte sich 1970, zwei Jahre nach der Heirat, mit dem Fleetwood Mac-Bassisten John McVie, der Band, angeschlossen. Christine McVie sang unter anderem die großen Fleetwood Mac-Hits Don't Stop und Little Lies. Von ihr geschrieben wurden Songs wie You Make Loving Fun und Songbird vom Album Rumors, mit dem 1977 der große Durchbruch der Band begann. Soweit die Meldungen vom 1.12.2022.